Wenn ich mit meinem Gokko so auf der Reise bin, dann hab ich gut belautert, weil ich das Gokko-Liedchen singe. Ja, für alle daheimgefliehen, ich bin auch wieder daheim. Hab meine Wunden geleckt und viel ist an meiner Zunge kleben geblieben. Gleich sehen wir's. Jo, jetzt wollt ihr sicherlich sehen, wie viel da reinpasst. Mehr wie eine Filetta oder mehr wie da hinten zu sehen ist. Dann werden wir erstmal mit dem Altpapier. Peter Pan, 110 Volt, aus USA, benannt nach dem Märchenfilm Peter Pan. Nummer 1. Plattenschlucke aus Italien, Nummer 2. Offenes Röhrengerät, namenlose Firma, 1924. Nummer 3. Nochmal Peter Pan, ungefähr 1928, USA. Eine Leuchtreklame von Nordmende, 50er Jahre. Kofferradio, Akkord, 50er Jahre. Aus der Schweiz. Französisches Küchenradio, 50er Jahre, Frankreich. Rotradio der Firma Emut, ungefähr 1949, 50. Jetzt stoßen wir vor in den Innenraum. Noch mal ein schönes Designradio aus Frankreich. Kann auch Belgien sein. Jo, noch nicht alles. Meine Güte, das nimmt kein Ende. Der Lautsprecher aus den 20ern. Für dieses Gerät. Ein guter Plus. Ein Großgerät ist jetzt genug. Radio Marelli, 1950, Met in Italien. So. Werbeprospekte. Werbematerialien. Ein Detektor, eine Tefi-Kassette, ein Bleistift, ein Spitzer. So. Das war's. Und jetzt, jetzt muss ich mich ausruhen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Denn ich muss meine Wunden weiterlecken. Mein Hintern tut weh. Okay. Ahh! Wir hombres無 chỗn ...